Ich mache einmal die Schleife ohne den Dreh. Der ist dann neu. Und dann gehen wir direkt wieder in den ersten Whip. Das wäre die Schleife. Den Single Whip haben wir als YouTube einzelne Übungen. Nach dem Wegfragen haben wir als einzelne Übungen. Die nächste ist dann der einzelne Fersenstoß. Wir sind verdreht von der vorherigen Übung. Die Handgelenke kommen übereinander. Links ist innen. Die Handflächen drehen nach außen und ein Schritt entsteht. Ich werde auch noch prüfen. Ist das gut? Ist der Fuß gut abgelegt? Weil jetzt kommt die Gewichtsverlagerung in das linke Bein. Handgelenke kreuzen. Ihr könnt hier eine kurze Pause machen. Ausrichten. Ein bisschen sinken. Unterhüfte nach vorne. Und erst wenn ich mich dann sicher fühle in dem Standbein, kann ich meine Ferse heben. Ich mache meinen Fuß. Die Zehen zu mir ziehen. Dann den Unterschenkel etwas baumeln lassen. Die Handflächen nach oben. Als ob ich etwas trage. Dann setze ich einfach meinen Fuß ab. Und dann gewichte ich nach rechts. Die Hände kommen nach oben. Das ist der nächste. Das ist der, den Bären in den Ohren kraulen. Also wir haben den Fersenstoß. Der hört hier auf. Okay. Und dann den Bären in den Ohren trauen. Weil wir bleiben dann bei der Schleife. Also wir bleiben bei der Schleife dieses, jenes, den Schritt, ankommen, den Kick, den Bären und dann wieder zum Ersten. Das ist die Schleife für die nächsten Monate. Bis zum nächsten Mal. Grüße, einfach bitte? Wie sch symptomsst du? Untertitelung des ZDF, 2020